hallo und herzlich willkommen heute mit mirows of life ist ein mischmas aus indie adventure und keine ahnung was alles wird in episoden kommt das raus und kostet aktuell auf 17 euro wir wollten mal rein schnuppern die musik ist zumindest mal sehr sehr schön gibt kein widescreen support laut grafikeinstellungen aber wir schauen mal karte gibt es nur eine und okay alles stirbt bleibt real depressierend okay wir sind ein komischer dude in einem komischen raum und da geht es in die metro grafik ist eigentlich ganz gut du bist endlich hier ich dachte du wirst nicht kommen ich bin nicht hier ich war in der polis letzte ich bringe dich so dass du nicht schuldigst wer bist du? ist das nicht der subway wo der daisy wurde? du bringe mich hier um zu erzählen wie du die steuerung ist auch ganz gut mit animationen da dreht ein kopf mit wenn man sich hier umguckt was? es gibt noch andere dringende zu besprechen bis dahin bleibt hier verschlossen na gut dann sprech mal hier rum sonst ok klingt nach roboter sprachausgabe so ein bisschen arm aber es klingt halt wie es klingt man versteht es aber besser geht immer ok jetzt haben wir aber was bequatscht jetzt geht es hoffentlich weiter Ja? Her name is Daisy. She is a psychologist. Lives with her parents. Has a boyfriend named Evan. His four friends weren't the scene when the murder was committed. Nothing came out of their statements. None of them were with Daisy at the time of the incident. Sehr gut. Mit Körper. So lobe ich mir das. Oh, Tod, viel Blut und sieht man nix. Hier sind Spiegel, da kann man bestimmt rein. According to your detective illness, you remember it quite well. What do you mean? I'm telling you to answer. Und so ist er da unten. Okay. Zumindest einen komischen Raum. Ah. Geben Sie eine Nummer ein. Keine Ahnung. Oder 15. Geht nicht. So. Was gibt's hier noch zu tun? Da unten liegt Papierzeug, aber kann man nix mehr machen. Computer kann man nix mehr machen. Hm. Aus dem Fenster kann man nix mehr raus gucken. Na gut, ich glaube hier sind wir durch. Was in der Nähe befindet sich irgendwas? Eine Notiz. Okay. Ich glaube da drüben hinkt auch eine Notiz. Und da war kein Benutzen-Button, aber vielleicht können wir sie trotzdem einfach nehmen. Ich bin listening zu Ihnen, Wayne. Ich bin zum Beispiel für Psychologische Unterstützung für lange Zeit. Ja. Ich bin jetzt überflüssig. Ich bin ein bisschen der Unterschied. Ich bin ein bisschen der Unterschied. Das heißt, wir machen ganz viel weiter. Keine Ahnung, du hast es noch nichts mehr gefühlt. Du hast gesagt, du hast keine Leute mehr gefühlt. Ich bin noch nichts. Vielleicht meine Güven ist zurückgezogen! Nichts, wie ich, nicht immer. Ja, Leute, ich verwende nicht. Manchmal kann es so sehr gut nicht schiefst, aber es funktioniert. Ich schief jetzt einfach mehr als jeder Mal. Leute sehen mich wie verrückt! Ich bin nicht verrückt, Doktor! Natürlich bist du nicht. Leute wissen welche Krankheit Sie haben. Sie würden es nicht tun, wenn sie wussten. Nein, Doktor! Ich erzähle Menschen über meine Krankheit, aber sie sehen mich wie ein Freak. Einmal gestern, wir waren für Verbrauch. All ich wollte war mein Job, aber Gott, ein Idiot, wegen meiner Fitsum Lachter. Die Leute am Hause waren Angst, und meine Mitarbeiter sagte, dass er mich verletzt hat, weil er Angst hat. Jetzt sag ich, Doktor, ich kann mich nicht kontrollieren. Wie kann ich mit allem leben? Das ist eine sehr liebevolle Worte. Es sagt, dass es nicht mehr, als du vielleicht bist, wie du planstst. Ich sage Ihnen, dass du nicht glücklich bist für den Rest des Lebens. Ich sage Ihnen, dass ich immer noch nicht zurecht um dich zu arbeiten. Ich sage Ihnen, dass ich etwas für mich selbst mache, aber etwas, was ich mit dem Menschen beschädige. Ich sage Ihnen im Leben. Ich sage Ihnen, dass ich etwas zu tun habe, dass ich etwas für mich selber mache. dass ich das zu Hause mache, dass ich etwas zu schaffen mache, für ein paar Stunden Zeitpunkt. Das ist ein paar Jahre. Ja. Ich sage Ihnen, dass ich etwas überfordert habe, dass ich überhaupt nicht mehr, dass ich nicht mehr, Ich fühle mich, dass ich ein Verzweckchen fühle. Natürlich, wir machen ein Verzweckchen. Du sagst, dass du nicht mehr Menschen schlussst. Vielleicht ist meine Verzweckung zurück. Ihr Freunde hier mit ihr, Leute verändern sich nicht. Ich sollte sie finden. Vielleicht ist das so schwer, nicht zu lachen, aber es geht nicht. Ich lache immer mehr, wenn sie nicht sagen. Die Leute sehen mich wie verrückt. Ich bin nicht verrückt, Doctor. Ich weiß nicht, dass sie nicht. Natürlich nicht. Die Leute wissen nicht, welche Krankheit Sie haben. Sie würden es nicht tun, wenn sie wussten. Ich weiß, dass es die Beginn der Alzheimer ist. Wo hast du das gehört? Gib die Antwort jetzt. Ja. Wir warten auf die Verzweckungen. Ich wollte mein Job machen. Aber du verdammt Idiot. Ist es denn alles? Ja. Ich bin der Einführer. Mein Name. Das Portal wurde gefunden. Ja, die Grafik an sich ist gut an Mann. Das ist auch nicht gut. Das Spiegelbild hier von dem Raum. Meine Notiz. Fragezeichen. Okay. Den können wir noch nichts fragen. Ja, ist auch nur Lippenbewegung. Die hockt doch einfach nur da. Das mindert die Qualität. Daisy hat einen von seinen Patienten erwähnt. Kennst du ihren Namen? Ich erinnere mich nicht genau. Er schreibt normalerweise alles in seinem Buch. Und wenn du ihn findest, hat er seinen Namen dort geschrieben. Okay. Was gibt es hier drüben noch? Noch mal zwei Dudes. Mit denen können wir auch noch nichts machen. Ja, gut. Dann. Keine Ahnung. Ist ein bisschen maus. Also die Idee ist echt gut. Wie sich weiterentwickelt. Keine Ahnung. Okay. Geht es noch nicht rein. Achso. Wenn man hier was rausgefunden hat. Kann man dann sagen, wer so ist. Oder? Hm. Also das ist der Ausgang. Das ist er da oben. Was gibt es hier noch? Was gibt es hier noch? Das ist er. Das war's. Das war's. Die Kamera ist aktiv in der Zeit. Entschuldigung, nicht Detective. Ich wusste nicht. Was war dein Name? Chris! Warum hast du deine Freunde über deine Krankheit erzählt? Detective? Zum Beispiel? Dein Supervisor? Ich habe gerade herausgefunden, über meine Krankheit. Ich muss mich selbst vorbereiten. Nichts. Es ist seit Monaten seitdem du herausfunden hast. Du hast den Detektiv-Treatment-Prozess angefangen. Sei ehrlich mit mir. Seitdem du alles kennst, du kennst, du kennst, wenn ich dich über meine Krankheit erzähle, ich kann nicht mehr weitergehen. Ich weiß, Detective. Ich möchte einfach ehrlich sein mit mir. Ja, ja. Don't worry. I put everything together for you. You may forget. But I don't. Detective. So. So. Der Detektiv hat auch noch Alzheimer. Und... Irgendwas stand da oben rechts in der Ecke. So ein bisschen wie Memento. Eine Notiz in der Nähe. Aber hier hinten wird es extrem dunkel. Taschenlampe wäre ganz nice. Und das muss irgendwo hier sein. Auf den Bänken ist nix. An den Pfosten ist nix. Oh, hier. Ah. Wayne kam in die Praxis. Bestimmt dieser Schwarz-Suit-Dude. Aber der Spiegel hier ist auch schon wieder weg. Die können wir noch nix fragen. Und die auch nicht. Ja, ist wohl lange atmig und... Was haben wir hier nen Kaffer? Pistole. Eine Notiz. Ah, gut. Wir gehen mal aus dem Ausgang. Gucken was passiert. Und... Falls euch das Spiel interessiert. Ich find's okay. Aber... Ist nicht meine Art von Spiel. Sie haben eine Wahl getroffen. Ja. Weil sie die Konsequenzen haben. Okay. Ja. Also hier... Wird dann zusammengefasst. Wie man sich entschieden hat. Was alles... Passierte. Ich bin Detective Oliver. One day... I will forget what I did. What I experienced. My dreams. My love wants. When I look back. Maybe I won't remember it. Okay. Ja, wie gesagt. Wenn's euch interessiert. Schlecht ist es nicht. Geht natürlich besser. Bessere Soundausgaben. Nicht dieses Computersprache-Eingabekrams. Grafik ist gut. Wie gesagt. Wenig Animation. Wenig Liebe zum Detail. Aber... Die Geschichte ist ganz interessant. In diesem Sinne. Danke fürs Zusehen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Okay.